Wie genau flicken wir den Flicker? Hm, wir müssen ihn wohl erst einschalten. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Ha, das muss der Einschalter des Flickers sein. Hallo? Bist du, ähm, okay? Nein, ich bin kaputt, wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Oh je. Gar nichts! Ja, wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Er reißt hier alles nieder. Schott, voraus! Blinge ist nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalszustand. Was, ist er jetzt der Brecher? Noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boats. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Hast du eine Idee? Denn mir fällt es schwer, nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Gingine stürzt ein. Toll. Repariere, Mr. Leuchttung. Doch ich versiege keine Leuchttung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit. Ich habe eine Idee. Ich bin ganz ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht fliegen. Ich bin unfliegbar. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Oh je. Einfach alles fällt auseinander. Aufhören, bitte. Oh je. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Boulade mich um Schutz bat, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Hm. 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 Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja. Ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Sorry. Moment. Mit Miss Zurcon ins Geschäft. Bis zum nächsten Mal. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension von deiner Art zu sein? Äh, danke, River. Oh! Die Chefköchin der Bergleute wird wohl vermisst. Bestimmt weiß jemand in der Zentrale was. Auf Savali soll ein Mönch nach Lombaxen suchen. Ob Ratchet ihn schon gefunden hat? Startklar. Los geht's. Hi, Ratchet. Ich bin Ratchet. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da? Nichts. Ich. Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Ihr. Ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Boats. Ihr zwei und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein. Wow! Ha ha! Ah! Was? Hey! Hey! Ja, ähm, hi. Ähm, ich hab Clank. Oh, Kumpel. Mir geht's gut, Ratchet. Wirklich. So langsam gefällt mir mein neuer Look. Fürs Protokoll, ich hab ihn so gefunden. Ach komm, als würdest du Clank wehtun. Schließlich bist du irgendwie ich... Warte! Genauso gut könntest du auch ich sein. Ich meine, im Ernst, ich... Du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Oh, sorry. Rivet, das ist... Kid. Ich hab mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, ich mich auch. Nee. Äh... Dann beseitigen wir wohl mal dieses Chaos. Hey! Ha! Möchtest du, ähm... Ja. Das ist verursacht. Oh! Hey! Hä! Hey! Dr. Nefarius, liebt mich diese Dimension oder was? Meine Probleme kommen ganz von selbst zu mir. Wie oft hast du den besiegt? Nicht oft genug. Darf ich mal? Aber gern doch. Was soll denn das? Was fliegt denn der Gespurt? Vor allem in einem Zielpunkt. Für der Einer, der Einzige, die verehrt und die Fabius besitzt, ihr Läder. Bereit, Kit? Bereit. Noch ein Lombax? Gut, dass ich in dieser Dimension nicht verliere. Das werden wir ja sehen. Ihr haltet euch für tot. Ich mach euch Feuer und damit an. Das ist unser Volk. Wieso sind Lombaxe genauso abpassungsfähig wie Unaus steht? Jetzt verliert endlich! Und lasst mich meine Herrschaft genießen. Das sieht nicht gut aus. Ich hab alles im Griff, ist alles gut. Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typ nie gesehen. Denn ich bin er. Er, das kaufen wir dir ab. Ich hab den Typ nie gesehen. Ich hab den Typ nie gesehen. Süß. Ah! 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 Weder du, noch Satschit, noch Klank, noch wer immer das auf deinem Rücken ist, wird mir meinen neu gefundenen Ruhm wegnehmen! Ah! 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 Schwieriges Publikum! Wie wäre es mit einem Tametenwechsel?! Ah! 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 Das ist unfair. Also, Ken, der hier für mich. Braver Grundtor. Sind wir auf Sargasso? Ja, hier komme ich her. Lustige Geschichte. Moment, ich muss mich konzentrieren. Plaudert ihr etwa? Tu so, als wäre ich keine Bedrohung. Ich will es, euer Imperator. Ich will ja... Schmeißiger denn je. Schmeißiger denn? Es reicht! Ich werde euch ins Herz einer Supernova schicken! Was? Eine Supernova! Wieso sind die Knöpfe nicht verschleppt? Du hast viel durchgemacht für ein kleines bisschen Macht, hm? Ich kann es nicht, super! Wie? Wieso sind die Knöpfe nicht mehr? Das ist ein Schmack. Ich bin ein Schmack! Supernach! Oh! Oh! Ah! Ich... Schluss mit dieser... Freckheit! Ah! 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 Wow! Was für ein Kampf! Hä? Ist der Spaß schon vorbei? Kommt schon! Applaus für Ribbit und ihren ersten Sieg! Ich wünschte, ich hätte früher hier sein können, aber ich kann mit Freude verkünden, dass ich alle meine Gegner neutralisiert habe. Ausgenommen, Käpt'n Quantum und, äh, egal. Als ich hörte, dass der Rebellen Lombax gegen mich kämpft, da musste ich... zu sehen, wie jeder deine Niederlage feiert? Wer feiert denn hier? Meinst du die? Nein! Nein! Go! Warte! Ich bekämpfe Rebellen schon seit Jahren! Ich helfe dir, sie auszulöschen! Ah! Mein... seltsamer Fan möchte mir helfen! Wie verlockend! Gestalten wir's interessanter! Ein Halbspiel vielleicht? Er will nach Sargasso! Ich muss vor ihm da sein! Wir kommen mit dir! Richard, wir müssen Quantum finden! Er ist der letzte Rebell auf der Liste! Reist nach Adoles und sucht Pierre! Er bringt euch zu ihm! Moment! Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln! Du hast recht! Vielleicht sollten wir vor dem Aufbrechen in die Arena! Ja! Hab ich dir schon erzählt, wie ich diesen Schöpfer ledig habe? Oh! 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 Und seine Düsen-Booster! Mein Manga! Seht euch die neue, verbesserte, wundersame, zerstörerische Kraft an! Das tut mit! Niemals! Lasst euch nur nicht erwischen! Stopp! Aufhören! Hat unser Manga Hunger? Hier kommt! Mehr Energie! Tief! Höhe! Höhe! Ich und ichców basically das sagen! Hqué? Höhe! 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 Die Begrenze überbrücken! Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten! Das zeigt mir Landkreis! Nein, Landkreis! Das ist die Zeit! Das wird dir noch leicht! Gib auf, solange du kannst! Los, Männer! Fangen! Bleißen! Schnemmen! Ja! 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 Wie hier ein paar, Lager entommt! Wer 1958 bleibt liegen! Sie lässt sich in der Maschinen! Was mit mir euch treffen sollte? Eben! We bothen! W naiert! finely! Warum? Ah, ha, 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 ha. Leute, feiern wir uns eure gemeinsame Vorliebe für Explosionen. Chaos und Gewalt. Nutze deine Raketen, Longbats. Nutze sie. Ja, ha, 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 ha. Hier kommt dereu. Das ist dann! Ja, 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 ja. Das war's für heute. Seht uns an! Wir finden unsere glorreichen Majestät Frau! Sie haben einen Dreck übern Scherz! Das ist Hamishment! Hat keine Platz in meiner Arena! Ja! Super! Wir werden fliegen! Wir werden fliegen! Wir werden verlangt! Wir werden verlangt! Er ist wieder alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Sieht, wie klein schon von der Stimmale befällt, die nur knapp 30 Sekunden wieder nachzwingt. Das spielst du mir rein? Ein Kurzzeitiger Rückschnapp! Das giftige Gas sollte eigentlich all diese Viecher erledigen! Vernichte ihre abscheulichen, viel zu komplizierten Körper! Können wir das wohl etwas runterdrehen? Ästhetik riskieren? Nicht mal für dich, meine kleine Freundin! Nicht mal für mich! Für dich ist die Party vorbei! Geier! War das? Lustig, oder was? Geier! War das? Lustig, oder was? Es sind noch fünf Kinder, die besiegt werden müssen! Hallo, Schönheit! Klein Zuckon liebt klassische Musik, wusstet ihr das? Aber Klein Zuckons Lieblingsmusik sind gefrorene Glibber-Aliens, die mit dem Hammer zermatscht werden! Halt hoch! Einzählen! Und zuschlagen! Schönen Sie auf. Schönen Sie auf! Ach, Schönen! Wurzeln! Malen! Hinsichtlich gezählt Es ist noch schön Geld an die Füßigt werden müssen Liebes Publikum, zu eurem Vergnügen, der biermechanische Vater des berechtigten Suchfüßlers von Segesso. Äh, Stolo! Applaus für den Pfeffer der Fein! WDR 2 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 Uh, no, 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 no! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR